Der Zug ist zusammengestellt. Er besteht aus dem Salonwagen. Der Salonwagen ist nicht dabei. Also schauen wir mal, was er dabei hat. Kurzfristige Änderung anscheinend. Auf jeden Fall ist der Zuglog dran. Es ist die E44002. Eine besondere Lokomotive. Nicht nur, weil sie die Nummer 002 trägt, sondern weil ihre Entstehung und die der Baureihe E44002 ausnahmsweise einmal nicht vorhanden Transportbedarf der Reichsbankverwaltung ausging. Es war damals die Deutsche Reichsbankgesellschaft. Die Initiative kam von der Deutschen Lokomotivindustrie unter dem Auftragsrückgang in Folge der Wirtschaftskrise die neue Entwicklung vorstellen wollte. Drei deutsche Lokomotivfabriken bauten darauf hin Brotoprüppung einer neuen Mehrzweck-Lokomotive und übergaben Sie Vielen Dank.